Kapitel 1 Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande, und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Eli-Melech, und seine Frau Naemi, und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Eli-Melech, Naemis Mann, starb, und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, »Geht hin und kehrt um, eine Jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, daß ihr Ruhe findet, eine Jede in ihres Mannes Hause.« Und sie küßte sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr, »Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.« Aber Naemi sprach, »Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, und diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn das Herrn Hand ist gegen mich gewesen.« Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küßte ihre Schwiegermutter, Ruth aber blieb bei ihr. Sie aber sprach, »Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach.« Ruth antwortete, »rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie, und die Frauen sprachen, »Ist das die Naemi?« Sie aber sprach zu ihnen, »Nennt mich nicht Naemi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan.« Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. »Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat?« Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naemi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Kapitel 2 Es war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Naemi von dem Geschlecht Elimelechs mit Namen Boaz. Der war ein angesehener Mann. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naemi, »Lass mich aufs Feld gehen und Ähren auflesen, bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde.« Sie aber sprach zu ihr, »Geh hin, meine Tochter!« Sie ging hin und las auf, den Schnittern nach auf dem Felde. Und es traf sich, daß dies Feld dem Boaz gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boaz kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, »Der Herr sei mit euch!« Sie antworteten, »Der Herr segne dich!« Und Boaz sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war, »Zu wem gehört das Mädchen?« Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach, »Es ist eine Moabiterin, die mit Naemi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt, »Lasst mich doch auflesen und sammeln hinter den Gaben den Schnittern nach, und ist gekommen und dageblieben vom Morgen an bis jetzt, und hat nur wenig ausgeruht.« Da sprach Boaz zu Ruth, »Hörst du wohl, meine Tochter, du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halt dich zu meinen Mägden, und sieh, wo sie schneiden im Felde, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, daß dich niemand antaste. Und wenn dich dürstet, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen.« Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm, »Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, daß du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin?« Boaz antwortete und sprach zu ihr, »Man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod. Daß du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, daß du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist. Sie sprach, »Lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen, und ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde.« Boaz sprach zu ihr, als Essenszeit war, »Komm hierher und iss vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essigtrank.« Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter. Er aber legte ihr geröstete Körner vor, und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Und als sie sich aufmachte zu lesen, gebot Boaz seinen Knechten und sprach, »Lasst sie auch zwischen den Gaben lesen, und beschämt sie nicht. Auch zieht etwas für sie aus den Gaben heraus und laßt es liegen, daß sie es auflese, und niemand schellte sie darum.« So las sie bis zum Abend auf dem Felde und klopfte die Ähren aus, die sie aufgelesen hatte, und es war ungefähr ein Scheffel Gerste. Und sie hob's auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie gelesen hatte. Da zog Ruth hervor und gab ihr, was sie übrig behalten hatte, nachdem sie satt geworden war. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, »Wo hast du heute gelesen, und wo hast du gearbeitet?« »Gesegnet sei, der dir freundlich gewesen ist.« Sie aber sagte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, »Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boaz.« Naemi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter, »Gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten.« Und Naemi sprach zu ihr, »Der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern.« Ruth, die Moabiterin, sprach, »Er sprach auch das zu mir. Du sollst dich zu meinen Leuten halten, bis sie mir alles eingeerntet haben.« Naemi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, »Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausgehst, damit dir nicht jemand auf einem anderen Acker etwas zu leide tue.« So hielt sie sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boaz, bis die Gerstenernte und Weizenernte beendet war. Und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Kapitel 3 Und Naemi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, »Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestadt suchen, dass dir's wohlgehe. Siehe, Boaz, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, worfelt diese Nacht Gerste auf seiner Tenne. So bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin und decke zu seinen Füßen auf und leg dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr, »Alles, was du mir sagst, will ich tun.« Sie ging hinab zur Tenne und tat alles, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Und als Boaz gegessen und getrunken hatte, ward sein Herz guter Dinge, und er ging hin und legte sich hinter einen Kornhaufen. Und sie kam leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Als es nun Mitternacht ward, erschrak der Mann und beugte sich vor. Und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Und er sprach, »Wer bist du?« Sie antwortete, »Ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser.« Er aber sprach, »Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, daß du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun, denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, daß du ein tugendsames Weib bist. Ja, es ist wahr, daß ich ein Löser bin. Aber es ist noch ein Löser da, näher verwandt als ich. Bleib über Nacht hier. Will er dich dann am Morgen lösen? Gut, so mag er's tun. Hat er aber keine Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Schlaf bis zum Morgen. Und sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen. Und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte. Und er dachte, wenn nur niemand erfährt, daß eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sprach, »Nimm das Tuch, das du umhast, und halt es auf.« Und sie hielt es hin. Und er maß sechs Maß Gerste hinein und lud ihr's auf. Und er ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, die sprach, »Wie steht's mit dir, meine Tochter?« Und sie sagte ihr alles, was ihr der Mann getan hatte, und sprach, »Diese sechs Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, »Du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen.« Sie aber sprach, »Warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo's hinaus will. Denn der Mann wird nicht ruhen, erbringe es denn heute zu Ende.« Kapitel 4 Boaz ging hinauf ins Tor und setzte sich da selbst. Und siehe, als der Löser vorüberging, von dem er geredet hatte, sprach Boaz, »Komm, mein Lieber, und setze dich hierher.« Und er kam herüber und setzte sich dorthin. Und Boaz nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, »Setzt euch hierher!« Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser, »Naemi, die aus dem Lande der Moabiter zurückgekommen ist, bietet Pfeil den Anteil an dem Feld, der unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich's vor deine Ohren zu bringen und zu sagen, willst du es lösen, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage mir's, dass ich's wisse. Denn es ist kein anderer Löser da als du, und ich nach dir.« Er sprach, »Ich will's lösen.« Boaz sprach, »An dem Tage, da du von Naemi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten auf seinem Erbteil.« Da antwortete er, »Ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen.« Es war aber von Alters her ein Brauch in Israel. Wenn einer eine Sache bekräftigen wollte, die eine Lösung oder einen Tausch betraf, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das diente zur Bezeugung in Israel. Und der Löser sprach zu Boaz, »Kaufe du es« und zog seinen Schuh aus. Und Boaz sprach zu den Ältesten und zu allem Volk, »Ihr seid heute Zeugen, daß ich von Naemi alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zum Weibe genommen, daß ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil, und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt. Dessen seid ihr heute Zeugen. Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten, sprach, »Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Sei stark in Ephrathah, und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peretz, den Tamar dem Judah, gebar, durch die Nachkommen, die dir der Herr geben wird von dieser jungen Frau. So nahm Boaz die Ruth, daß sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, daß sie schwanger ward, und sie gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Naemi, »Gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Dessen Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als sieben Söhne.« Und Naemi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, »Naemi ist ein Sohn geboren, und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Dies ist das Geschlecht des Peretz. Peretz zeugte Hetzron. Hetzron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salma. Salma zeugte Boaz. Boaz zeugte Obed. Obed zeugte Isai. Isai zeugte David.